Es ist bald wieder soweit, es gibt ein neues Zoom-Update zur Version 5.8.6 und was mich am meisten begeistert, das ist die neue Umfrage-Funktionalität und die schauen wir uns in diesem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Umfragen bei Zoom waren bislang immer sehr eingeschränkt mit Single-Choice, Multiple-Choice, das war es eigentlich auch schon, aber mit dem aktuellen Update auf die Version 5.8.6 haben wir nun erweiterte Umfragen, auch Quiz-Funktionen, in denen wir auch Freitext-Antworten und Bezugsfragen und so weiter auch mit zur Verfügung stellen können. Das schauen wir uns jetzt hier mal an. Als allererstes schalte ich mal in den Browser, denn wir müssen diese Funktion unter zoom.us in unserem Benutzer-Account erst einmal freischalten. Das heißt, wir müssen in die Einstellungen gehen und dort, weil die so umfangreich sind, suche ich jetzt einfach mal nach Quiz und komme hier direkt auf Meeting-Umfragen, Quiz-Fragen und hier muss der Haken gesetzt sein, bei gestatten Sie dem Host erweiterte Umfragen und Quiz-Fragen aufzusetzen und dann steht diese Funktion auch zur Verfügung. Wichtig ist aber auch, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen diese aktuelle Version 5.8.6 überhaupt haben müssen, damit die erweiterten Umfragen bei Ihnen funktionieren. Hier hätte ich auch schon mal gezeigt, wie man, ich sag mal, Updates erzwingen kann. Da verlinke ich auch gerne noch mal auf das Video. Vielleicht ist das ja für euch auch interessant. Gut, ich schließe jetzt den Browser und ich habe hier schon mal eine Zoom-Konferenz vorbereitet mit dreimal mir selber. Einmal als Host, einmal in einer Windows-Instanz und einmal in einem Browser, damit wir uns jetzt auch mal anschauen können, wie die Umfrage dann auch wo aussieht. Als erstes fällt auf, der Button Umfragen heißt jetzt Umfragen-Quiz und wenn ich hier draufklicke, dann wird mir hier erstmal die aktuelle Umfrage angezeigt und wie bei den alten auch, habe ich ein Dropdown-Menü, wo ich verschiedene Umfragen auswählen kann. Möchte ich jetzt eine neue Umfrage erstellen, klicke ich auf Umfrage bearbeiten. Ich komme direkt in meinen Zoom-Account und habe jetzt hier die Möglichkeit, 50 Umfragen pro Meeting dann auch vorzubereiten und zu erstellen. Ich klicke auf Erstellen, dann werde ich gefragt, normale Umfrage oder erweiterte Umfrage mit einer Quiz-Funktion. Quiz-Funktion heißt, ich kann auch Antwortmöglichkeiten auch festlegen und vorgeben und klicke dann hier drauf und habe dann die Möglichkeit, die Fragen zu erstellen. Das heißt, als allererstes eine Einzelwahlfrage, wie geht es dir sehr gut, gut geht so. Und was jetzt noch auffällt, hier gibt es Buttons für erforderlich und als Ausklappmenü anzeigen. Das heißt, hier kann ich wirklich auch festlegen, ist es erforderlich, dass die Teilnehmerin oder der Teilnehmer diese Frage beantwortet oder ist es eine optionale Frage. Als Ausklappmenü kann ich eben sagen, okay, die Punkte, die werden nicht untereinander angezeigt, wie wir es von den bisherigen Umfragen kennen, sondern eben als sogenanntes Dropdown, also als Aufklappmenü nach unten. Das schauen wir uns gleich an. Frage füge ich jetzt mal hinzu, wähle jetzt nicht Mehrfachauswahl, das kennen wir ja schon, sondern ich wähle Passt. Bei Passt haben wir jetzt verschiedene Fragen und mögliche Antworten. Und da geht es zum Beispiel darum, wer stimmt oder wer beantwortet welche Frage mit welcher Antwort. Ich visualisiere das am besten mal mit normalen kleinen mathematischen Aufgaben. 2 mal 2 ist 4, 3 mal 3 ist 9, 5 mal 5 sind 25. Das ist jetzt eine mögliche Auswahl und es soll einfach nur deutlich werden, wie das Passt funktioniert. Ich füge eine Frage hinzu und wähle jetzt nun Rangfolge. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir sehr gut auch als Auswertung in einer digitalen Veranstaltung vorstellen kann. Das heißt, ich habe Zeilen und Spalten. Als Spalten würde ich jetzt zum Beispiel mal die Bewertungsform oder die Bewertung wählen, zum Beispiel Stimme nicht zu, Stimme teilweise zu, Stimme zu. Da ist es natürlich der Kreativität der Evaluatorinnen und Evaluatoren keine Grenzen gesetzt. Und hier bei den Zeilen kommen jetzt die einzelnen inhaltlichen Punkte, die bewertet werden sollen. Der Ton war toll, das Bild war toll, Inhalte wurden gut vermittelt, Kaffee war lecker und so weiter und so fort. Und dann gehen wir auf die nächste Frage und hier habe ich noch die Möglichkeit, Freitextantworten jetzt anzugeben. Das heißt, kurze Antwort, lange Antwort und auch wenn das, ich sage mal, schwierig auszuwerten ist, bei größeren Gruppen finde ich das total wichtig, weil ich weiß ja nicht irgendwie, ich gebe zwar die Antworten vor, aber ich weiß ja nicht, was in den Köpfen vorgeht und was die Leute rückmelden wollen. Deswegen finde ich eine Freitextoption in einer Rückmeldung immer total wichtig. Was ich noch zu sagen habe. Genau, dann kann ich doch festlegen, Mindestanzahl, Höchstzahl der Zeichen erforderlich, wie auch immer. Klicke auf Speichern und schon steht mir die Umfrage zur Verfügung und kann dann natürlich, damit ich unter den vielen Umfragen, die ich habe, ich kann ja 50 vorbereiten, hier einen eindeutigen Titel noch mal vergeben, Umfrage 3, Speichern. Gut, ich schließe nun den Browser. Ich bin in der Zoom-Konferenz, ich will jetzt Umfrage 3 durchführen und wir gucken uns das dann auch in den entsprechenden Klienten oder den entsprechenden Software-Instanzen an. Ich wähle hier die Umfrage 3, klicke auf Start und schon startet jetzt die Umfrage bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Als erstes schauen wir uns in der Windows-Instanz an, wie das Ganze dann aussieht. Und das heißt, das kennen wir ganz normal, das Bild von der Umfrage. Hier haben wir jetzt die Auswahl der Einzelmenü als Dropdown-Menü. Wie gesagt, so ein Ausklappmenü können dann jetzt hier antworten. Das heißt, 2 mal 2 kommen wir jetzt an 4. 3 mal 3, das mache ich jetzt absichtlich mal falsch. 5 mal 5 auf 25 und dann habe ich hier die Evaluation. Der Ton war toll, stimme ich zu, das Bild, das stimme ich teilweise zu. Die Inhalte wurden natürlich super vermittelt, aber der Kaffee hat nicht geschmeckt. Und kann ich jetzt hier noch als Freitextantwort geben. Freitext ist super und ich klicke auf Eingeben und fertig. Ähnlich sieht es auch in einem Browser aus. Hinter mir ist jetzt ein Chromium-Browser, ein aktueller. Und auch hier seht ihr, die Umfrage steht genauso zur Verfügung wie über die Software. Das heißt, ich gebe jetzt hier auch noch mal die Antworten ein. Und klicke auf Submit. Wunderbar. Als Host oder Co-Host, das ist jetzt die Ansicht wieder von mir als Host, sehe ich dann direkt auch die Auswertung. Das heißt, hier oben die Umfrage läuft jetzt schon knapp anderthalb Minuten. Vier Fragen, zwei von zwei, so 100 Prozent haben teilgenommen. Oben die Frage, wie geht es dir, wird direkt dargestellt. Dann kommt die Pass-Frage. Das ist jetzt farblich gekennzeichnet. Ich sehe jetzt hier unten, ich sage mal, die Farben und die Zuordnung. Helles Blau ist vier, dunkles Blau ist neun, orange ist 25. Und ich sehe, aha, zwei haben jetzt hier, 100 Prozent haben hier in der Frage auf vier oder mit vier geantwortet. Bei der zweiten Frage hat einer mit neun, einer mit 25 geantwortet. Und bei der letzten Frage eben auch beide mit 25. Und dann haben wir hier unten noch die Evaluation. Das heißt, auch hier haben wir in der Legende verschiedene Farben für die Kriterien. Stimme zu ist orange, Stimme teilweise zu dunkelblau, Stimme nicht zu ist hellblau. Dann haben wir auch direkt eine visuelle Darstellung der Auswertung. Und entsprechend noch, was ich noch zu sagen habe, jetzt sehen wir nur, dass zwei geantwortet haben, aber nicht die Freitextantworten. Das ist hier dann wahrscheinlich ein bisschen viel. Ich beende die Umfrage und habe jetzt, wie bei allen anderen, auch die Möglichkeit, die Resultate freizugeben, die Befragung neu zu starten, die Ergebnisse herunterzuladen oder die Ansicht der Ergebnisse in einem Browser. Da klicke ich jetzt mal drauf. Es öffnet sich jetzt hier der Browser. So, und dann sehe ich auch schon direkt eine schöne Auswertung, die ich dann direkt ausdrucken kann mit Freitextantworten und so weiter. Also allein diese optische Aufwertung und Auswertung, also die Aufwertung der Auswertung, die ist auch schon mal wesentlich besser geworden, dass ich jetzt einfach mit einem Mausklick auch direkt das Ganze jetzt in grafischer Form habe. Schön dargestellt, exportfähig, ohne viel Geschnörkel drumherum. Wie gesagt, ich finde diese Option wirklich fantastisch, weil wir bislang für die Umfragen, für die Interaktion einfach noch viele andere Tools noch benutzen mussten. Bislang, ich bin mal ganz gespannt, wie sich das in der Praxis bewährt. Das Update ist ja jetzt ganz frisch und mich interessiert vor allem, was ihr von den erweiterten Umfragen haltet. Ob ihr schon Erfahrungen damit habt, gute oder schlechte Erfahrungen, ob ihr schon eingesetzt habt. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und lasst uns mal darüber reden. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Probiert fleißig aus. Meldet zurück, teilt euer Wissen und wir sehen uns bis bald.